Ja, auch hier vorne wird jetzt weiter provoziert von der Polizei. Ja, ich stehe jetzt sowas von scheiße. Wenn hier die Steine fliegen, ich muss hier mal weg. Wenn hier gleich die Steine fliegen oder irgendein Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, guckt es euch selber an, was soll ich groß sagen. Die Eskalation schaut anders aus. Na, die Reiterstaffel rückt jetzt vor. Die Leute sind noch auf der Straße. Das sieht aus, als wenn hier jetzt gekesselt wird. Das sieht aus, als Baby. Amen.